Hallo! Gleich machen wir eine Fahrt mit der Dampfflug, um unsere CO2-Bilanz ein bisschen zu versauen. Ja, dürfen andere auch. Wir fahren, was weiß ich, mit dem Huber durch die Gegend oder so, oder wie das Auto heißt. Wir fahren mit Kohle. So, Experten zufolge nennt man dieses Ungetüm hier Harzkamel, was totaler Blödsinn ist. Hat nur einen Höcker, ist eine Harz-Dromedar. Keine Ahnung von, äh, Psychologie oder wie, weiß ich nicht, wie heißt das? Gibt sich ein Fremdwort für? Dromedar, vorweg Kamel, oder Trampeltier. Okay, jetzt bin ich selber durcheinander. Ja, Tuff Tuff Eisenbahn sind wir jetzt unterwegs mit dieser gigantischen Drecksleuder da hinten. Na, könnt ihr sehen? Ah, CO2-Bilanz im Arsch. Aber egal, sieht immerhin gut aus. Und das sind Autos. Ich weiß noch nie, welche gesehen haben. Na, CO2-Bilanz im Arsch. Hallo, ich bin Squishy. Ein Zug braucht auch einen Notausgang. Der befindet sich hier. Fasziniert. Ja, weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich finde, es lohnt sich wirklich, weil man schön was sehen kann, ne? Hier, riesen aussieht. Guckt euch das an. Das ist der Hammer. Das ist der Wahnsinn. Na toll. Jetzt setzt Licht aus. Soll das. So, hier kann man es sehen. Voll das Loch im Harz. Ganze Bäume weg. Soll ergeblich der Borkenkäfer aufgefressen haben. Muss ein verdammt großer Käfer gewesen sein. Na, guck mal. Guck mal. Nichts mehr von übrig. Na, kein Baum. Nein, verdammt einer. Da hab ich keinen gesehen. Aber sonst, nichts mehr an Bäumen. Alles von diesem Käfer aufgefressen. Ich hoffe, mir begegnet dem nicht. Der ist mir unheimlich. Habt ihr euch jemals gefragt, warum man in einem Bahnhof nicht zur Toilette gehen darf? Ich kann es euch zeigen. Sehr hübsch. Scheiße. Ja. Einfach so mit in den Bahnhof gekackt. Ja, das sind Menschen. Toll, was? Ja, es gibt einige Locks, ne? Die rauchen ganz kräftig. So wie die hier. Die da hinten ist mehr so eine Vaping-Lock. So, ne? Mit diesen ganzen komischen Instagram-Dingern. Oder diese, keine Ahnung was da. Gekroppt-Zeug und so. Aber das hier vorne ist definitiv eine Raucher-Lock. Ich hoffe, sie weiß, dass das ungesund ist. So, jetzt fahr los. Dampf. 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 Nee, rauch, 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 rauch. Warum sind die Dinger eigentlich Dampfloks? Guck doch mal an, was da rauskommt. Da. Guck. Da. 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 Jawoll. Hallo. Der Harz ist bekannt für seine wunderschöne Architektur. Ja, zum Beispiel hier. Ja, sogar ein Tentbaum. Und im Fenster steht irgendwie was wie Idiotenbacken oder so. Denk ich. Idiotenbacken. Ja, schönes Haus. Guckt es euch an. Architektur im Rocken. Es regnet. Im Harz. So, wir sind hier jetzt also im Nationalpark Harz. Und es gibt eine Menge Dinge, an die man sich halten muss, wenn man im Nationalpark Harz ist. Punkt 1. Man darf seine Schuhe nicht neben dem Weg abstellen. Punkt 2. Hunde dürfen nicht von links nach rechts gehen. Das ist ein Fahrrad. Punkt 4. Wer einen Stock auf dem Kopf hat, darf nicht tanzen. Punkt 5. Die Fischstäbchen nicht anbrennen lassen. Punkt 6. Vergreifen Sie sich nicht an Blumen. Punkt 7. Sie dürfen keine Umrisse um Pferde malen. Und Punkt 8 ist ein Kreis. Ja. Ich glaube, der Hund läuft in die falsche Richtung. Der läuft, glaube ich, von links nach rechts. Das darf er nicht. So, wir befinden uns jetzt hier in einem Wald. Das Besondere an Wäldern ist, sie werden komplett aus Holz hergestellt. Ja, also Beton ist hier nicht. Leider zerbrödelt diese Dinger manchmal. Ist nicht so ganz stabil. Vielleicht sollte man mal ein bisschen Stahlbeton einziehen oder so. Oder meint ihr? Auch hier hat der Borkenkäfer gewütet. Er könnte deutlich sehen, wie er mit seinen scharfen Beißwerkzeugen diesen Baum glatt abgetrennt hat. Ja, wir müssen echt aufpassen. Wer weiß, vielleicht ist er ja hinten noch irgendwo. Der Borkenkäfer. Müssen wir aufpassen. Ne, das war ein Auto und das ist harmlos. Meistens. Darf ich ihn bloß nicht von überrollen lassen. Aber ein Borkenkäfer, ne? Ja. Guckt euch das an. Das ist ja gefährlich. Hier im Harz sind die Bäume in der Freien Wildbahn zu sehen. Hier können wir eine kleine Gruppe Jungbäume sehen, die auf ihre Eltern warten. Ja. Die sind da drüben. Ein Befähigenslichkeitsstück. Warum auch immer. Ob sie die kleinen Länger warten. Ja, ist so. Die Schule des Lebens. Jetzt kommt der Zug. Zurücktreten von der Bahnsteigkante. Es napft. Kannst du mal sehen. Verdammt. Ja. Und dann auch noch dieses Schild dazu, ne? Von wegen. Der Zug muss mal. Habt ihr nicht gedacht, was? Züge sind auch nur Menschen. So. Können wir hier wieder sehen. Das ist ein Raucherzug. Ist zwar nicht Raucher dran. Raucht aber. Nachher ist aber ja, wenn der Hust ist gut. So. So. Am Ende war es dann ganz schön anstrengend. Und ehrlich gesagt auch ein bisschen zu laut für meinen Geschmack. Ich habe mich dann in den Waggon zurückgezogen. Um mich ein wenig vor diesem ganzen Lärm und Rauch und Dampf und so weiter zu schützen. Mir ist meine Gesundheit und meine irgendwie gearteten Atemwege. Eigentlich habe ich ja Kiebel. Aber das ignorieren wir jetzt einfach mal. Bitte schön. Pedanten. Zu wertvoll. Als dass ich mich da die ganze Zeit irgendwie zuquatsen lasse. Müsst ihr selber wissen, ne? Ob ihr da irgendwie euch die ganze Zeit zurauchen wollt oder so. Oder irgendwie. Keine Ahnung. Irgendwie eine schöne Deko-Wand zu Hause. Mit den ganzen Schockbillen dann vom Tabak aufbauen möchtet. Könnt ihr machen wie ihr wollt. Ich bin wieder zu Hause. Hier in meinem wunderschönen Studio. Vor der schwarzen. Wand. Und wünsche euch einfach mal einen schönen restlichen. Was auch immer gerade noch auf euch zukommt. Denn im Endeffekt ist es mir scheißegal was ihr wieder kackt treibt. Ich bleibe einfach. Squishinobos. Und sage. Hallo. Meinsemble Team. Hallo. Hallo. iliyork JaredIRren. Nachimanher.